Hallo, ich bin Nilsa mit einer kleinen Spiele-Session bei mir. Heute möchte ich die Hot Chili Peppers mal machen. Hier auf meiner 5er-Dürse ist der Fistestill, der schreit rum. Die Jokers Cap ist ein bisschen höher. Der beliebsten Kappensepp, immer wieder ist er beliebt, oft wird er auch noch gespielt auf den neuen Dosen. Gibt es ja jetzt auf den Emotion Boxen schon als Jokers Cap, keine Ahnung wie er heißt, mit den megamäßigen Käppchen, die sich zusammensetzen. Noch nie gespielt, in meiner Spiele gibt es keine Emotion. Ich kenne nur dieses Spiel, macht aber nichts. Wird ja immer wieder gern gespielt. Schauen wir mal, ob er auf 80 was gibt, oder? Hier wollen wir die Chili spielen. Mit dem Hot Chili One, das Feature. Das Feature ist der Hot Chili One. Da ihr wisst, ich kann die Finger von meinen Kisten nicht lassen, schaue ich mir hier drüben auch noch was rein. Ich bin so verrückt, ich weiß bloß nicht was. Los, leider mal. Ach, der regt mich so oft, der Boss. Den mag ich ja eigentlich gar nicht. Ja, ich bin so verrückt, ich kann das auch immer mehr machen. Ich bin so verrückt, ich weiß nicht. Ich kann es auch mal mit den Covertus auf dem Leben. Bei den können wir auch rüber schwenken, wenn wir das haben. Ja, auf 60 kommt genau richtig, oder? Jetzt kann man hier fünf Kisten noch nicht einmal das Käppchen... Ich bin aber auch schon wieder ungeduldig, sag's euch! Oh, fünf Pferde! Auch ein Zwanziger, oder? Oh, haben wir sie? Ja, jetzt einmal warten wir noch! Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, ob ihr immer lieber zwei Automaten sehen wollt auf einmal, zwei Spiele gleichzeitig, oder ein Spiel, oder alle drei Automaten mit allen drei Spielen, geht natürlich auch! Die Qualität wahrscheinlich beim Gucken ist nicht mehr ganz so schön! Schreibt es mal rein! Ich hatte mal ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit YouTube, einen der hat gesagt, der ist überfordert mit zwei Automaten, dann wäre doch gut! So was gibt's! F-Chili-Run, K.O. Käppchen! F-Chili-Run, K.O. Käppchen, K.O. Käppchen, K.O. Käppchen! K.O. Käppchen, K.O. Käppchen, K.O. Käppchen, K.O. Käppchen, K.O. Käppchen, K.O. K.O. Paa! Also, jetzt schmeißt du da aber was? Schauen wir mal die Chili mal zu Gesicht bekommen. 80 Cent sollte schon mal hier einen kleinen Lauf starten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Also wenn jetzt nicht die Chili kommt, dann spielen wir sofort ein anderes Spiel. Kommt ja seltener bis Käppchen. Schon wieder Käppchen, das gibt es einen. Fünf- oder sechsmal die Käppchen schmissen, keine Gewinne heute. Nichts Nennenswertes. Hier geht es dann steil nach unten von der Kohle. Spielewechsel angesagt, was ähnlich ist. Spielewechsel angesagt. einmal die chili wie bitter das letzte lasse ich jetzt mal auslaufen heute, weil da gibt ja gar nix Quart das gechockt das Kepler auf dem 5er lassen wir mal als Junge, wenn ich mich ein bisschen auf den Schiegel konzentrieren okay, blend nochmal ach, jetzt wandelt er nur einmal, das ist doch ein Zeichen, Freunde jetzt gib mal die chili, furchtbar der lässt es hier durchlaufen, Freunde okay, gib mich einmal das Future, wie der Manni-Maker immer sagt gib dich einmal das Future bitter ohne Future geh ich nicht ins Bett wenn wir jetzt sehen, dann gibt er sie und dann rennt er bloß irgendwelchen Quatscher und dann und dann und dann naja wollen wir nicht so sein freunde haben wir ihnen mal die chance gegeben geworden ist wenig draus macht nichts video waren mit vielen kappen und hier mit einmal und da gab es nichts ist auch nicht so schlimm kleines unter der woche video immer wieder schön für mich zum zocken dankeschön macht es gut bis zum nächsten mal